Teil 2. Ein Leben, ein ganz normaler Tag bei Familie Minzes. Sophie packt jetzt ihre Sachen, weil sie gleich zu ihrer Freundin fährt. Jetzt muss ich mir aber huschen. Ganz schön, ganz schnell. Oh, ob ich das schaffe? So, Klamotten habe ich eingepackt. Jetzt packe ich noch ein bisschen Spielzeug ein. So, das geschafft. Das war aber jetzt anstrengend. Sophie, ich komme jetzt mal kurz zurück. Ich habe ein paar DVDs. Hier finden Nemo und Rapunzel und die Eiskönigin. Das reicht doch, oder? Ja, klar. Du, Mama, die sind noch nicht da und wir haben es 15 nach. Äh, ich denke, wir haben es gerade mal 16 Uhr. Sind wir dusselig? Oh, nein. Nein. Was machen wir denn jetzt? Före wir weitergucken? Äh, äh. Nein. Was können wir denn jetzt noch machen? Ein bisschen Spiel in meinem Zimmer. Okay. Galopp, galopp, galopp. Hopp, hopp, hopp. Fertig auf, galopp. Äh. Ups. Entschuldigung, Mama. Ist kein Problem. Ach, ich habe mich so verguckt, Schätzchen. Es tut mir so leid. Ich habe Stress gemacht. Ich habe noch was im Auto für dich. Warte kurz. Okay. Bin wieder da. Willst du es sehen? Ja, klar. Ein Bauernhof. Cool. Ja, Mama, das ist total cool. Danke. Mach ich doch gerne. Eine halbe Stunde. Ein, ein halb. Eine und eine halbe Stunde später. Ach, ich hätte beinahe was Wichtiges vergessen. Meine Meerschweinchen zu füttern. Charle, Charlotte, Charly, Chica, Chicago, ich komme. Äh, sind doch alle, oder? Ja. Okay, ich gebe euch jetzt was zum Essen. So, es gibt Möhre und Salat. Wo bleibt denn sie eigentlich? Es ist doch eine halbe Stunde vergangen. Hup, hup. Entschuldigen Sie, dass wir ein bisschen spät gekommen sind. Ist nicht schlimm. Wir haben uns nur ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, okay. Wir fahren dann ja mal los. Meine Tasche. Ist unten. Dann ein paar DVDs drin für die Kinder. Oh, gut. Das ist so toll. Ja. Tschüss, Mama. Hab dich lieb. Bis später. Bis später? Ach so, ja. Bis morgen. Ich rufe dich heute Abend da nochmal an, bevor ich schlafen gehe. Okay, mach das, mein Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Komm jetzt. Hey, warte. Okay, ich muss dann jetzt auch los. Tschüss. 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 Mein Kind ist weg. Oh, mein Mann kommt gleich. Schatz. Schatzi, Baby Taylor, ihr seid jetzt auch endlich da. Wie schön. Wieso hat das so lange gedauert? Wir waren Abendbrot essen. Wir waren bei McDonalds und haben da gegessen. Ach, ich lieb nicht. Du hättest mir noch Bescheid sagen können. Wann wäre ich auch gekommen? Ach, komm, dann lass uns einen schönen Abend machen und ein kleines Bett bringen. Ja, mit DVDs gucken. Babygeschichten, die hast du mit mir gestern geguckt. Schlaf ein, mein kleiner Schatz. Wir sagen jetzt gute Dacht. Na, 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 na. Schlaf ein, mein Schatz. Ach, das ist schön. Wieder mal DVD gucken mit dir. Ja. Man ruft die Kleine an. Hey, sie ist doch gerade mal seit neun Minuten weg. Ja, Mann, ich vermisse sie doch jetzt schon so. Mann. Mal gucken, jetzt ein bisschen Fernsehen. Was denn? Mach den Fernseher an. Wo ist die Fernbedienung? Die müsste unterm Sofa sein. Ach so, da. Hier, ihre Nachrichten. Schalt um. Jetzt kommt Bab der Bauma. Ach, Mann. Was sollen wir denn gucken? Wir gucken die Babyfilme. Ja. Zwei, eineinhalb Stunden später. Vielen Dank, meine Lieben, dass Sie heute wieder geguckt haben meine Videos auf Samira Zafira. Ich möchte mich sehr darüber entschuldigen, dass der Film, also der kleine Film, mitten in der Mitte aufgehört hat, da mein Speicherplatz voll war. Dass manchmal da mein Speicherplatz voll war. Und ich hoffe, wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und damit sagen wir jetzt wieder mal Tschüss. 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 Vielen Dank.